Einleitung und 360-Grad-Ansicht Bridge-Kameras mit 40- oder 50-fach-Zoom-Objektiven stellten bislang die Grenze des Möglichen dar. Doch seit dem Sommer 2013 kann nun auch eine 60-fach-Zoom-Kamera erworben werden. Dies ist die Panasonic Lumix FZ72. Im Gegensatz zu den meisten Herstellern, die den Brennweitenbereich nach oben erweitern, hat die FZ72 allerdings einen größeren Weitwinkelbereich zu bieten. Das 60-fach-Zoom-Objektiv Lumix DC Vario deckt eine Kleinbild-äquivalente Brennweite von 20 bis 1200 mm ab und besitzt eine Lichtstärke von f2,8 im Weitwinkel und f5,9 im Tele-Bereich. Damit sich Bilder auf Freihand ohne Verwackelungen aufnehmen lassen, gibt es einen optischen Bildstabilisator. Der MOS-Sensor ist 1 zu 2,3 Zoll groß, nimmt 15,9 Megapixel auf und besitzt eine einstellbare Sensorempfindlichkeit von ISO 100 bis ISO 3200 sowie bis zu ISO 6400 bei verdingerter Auflösung im Hochempfindlichkeitsmodus. Der elektronische Sucher der FZ72 löst nur schwache 202.000 Zupixel auf, das 3,0 zur große Display stellt immerhin 460.000 Zupixel dar. Der Serienbildmodus erlaubt rund 9 Bilder pro Sekunde, diese Bildrate wird allerdings nur für drei Aufnahmen in Folge erreicht. Bei Marco-Aufnahmen kann auf bis zu einen Zentimeter an das Motiv herangerückt werden. Videos zeichnet die Bridge-Kamera in Full-HD-Auflösung mit 50 Halb- oder 25 Vollbildern pro Sekunde auf. Die Tonaufnahme erfolgt mit dem integrierten 5.1-Mikrofon. Maximale Auswahl hat der Fotograf bei den Fotoprogrammen. Hier stehen neben einer Vollautomatik auch die PAS-M-Modi und ein frei konfigurierbarer C-Modus zur Verfügung. Die mit Akku- und Speicherkarte 606g schwere Panasonic Lumix DMC FC72 nutzt zum Speichern der Bilder und Videos SD, SDHC oder SDXC Speicherkarten. Neben diesem Einführungsvideo stellen wir Ihnen die Kamera in weiteren Videos detailliert vor. Darin erfahren Sie zum Beispiel Näheres zur Ausstattung, den Bildstabilisator und der Bildqualität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017